30 Sekunden, genau so viel Zeit habe ich in jedem Minecraft-Chunk, bevor ich Schaden bekomme. Damit logisch ist, Seihou. Herzlich willkommen zu einer neuen Livestream-Challenge. Ihr habt jetzt drei Sekunden Zeit, diesem Video einen Daumen nach oben da zu lassen, sonst stelle ich eure Minecraft-Schwierigkeit auf unmöglich um. Äh, die Challenge ist, dass ich nur 30 Sekunden in einem Chunk stehen bleiben kann. Ich sammle erst mal Holz. Ach, bevor jetzt jemand fragt, ich habe keine Ahnung, warum ich in dem Livestream eine Perücke aufhatte. Was ist das Ziel, in der Minecraft durchzuspielen? Oh Gott, ich habe auch schon mega viel Essen verloren. Wie stelle ich denn das jetzt am dümmsten an? Suche ich eine Höhle? Höhlen werden richtig schwer. Oh, das ist eine gute Idee. Ich sollte mal ein Ausrufezeichen-Challenge einfügen, damit man dann auch sieht, was die Challenge ist, wenn ich das mache. Waren die nicht früher mal One-Hit, wenn man die geschlagen hat? Kriege ich viel Schaden? Raus aus dem Chunk, raus aus dem Chunk! Uh, neuer Chunk, neues Glück. Am besten wäre irgendwo... Oh, Zuckerrohr, das brauche ich. Komm, Schweinchen, gebt mir euer Fleisch! Creeper. Oh, Mann! So. Den Chunk muss ich mir unbedingt aufhalten. Aufheben, Alter. Oh, hier ist sogar Wasser. Oh, wenn ich jetzt Eisen hätte. Oh, ja! Ah, ah, ah! Okay, raus aus dem Chunk. Oh, da unten ist Wasser. Ist hier Eisen? Jetzt bin ich echt auf den Kopf gefallen. Ah, meine Steinspitzhacke. Ah, 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 ah! Uh! Zwölf Sekunden habe ich in dem Chunk hier noch. Ich muss mich hier drüben rausbauen. Oh Gott, höher, 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 schneller! Komm schon! Tag ist nicht! Oh Gott, da ist da auch ein Chunk, den ich damage bekomme. Nein! Oh, oh, oh! Okay, 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 okay. Ich gehe erst mal komplett neuen Chunk. Alter! Uh, ich schlag mich bis jetzt aber echt gut. Wir gehen gleich zurück zur Lava. Oh, was mache ich, wenn mein Portal in einem toten Chunk ist? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ach, ich habe meinen ganzen Stein weggehauen. Ich bin so... Erdbeck. Was machst du gerade? Ich zocke wahrscheinlich eine der härtesten Challenges, die ich jemals gespielt habe. Okay. Ich muss wieder los. Ich muss den Chunk verlassen! Komm, ab, 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 ab! Raus hier! Jetzt mache ich mir den zehnten Crafting Table. Oh, das mit den Monstern, das wird noch eine ganz miese Aktion. Ab dem Zeitpunkt, wenn es rot wird, bekomme ich Schaden in dem jeweiligen Bereich. Aber ich fühle mich ready für die Challenge. Das muss man auch mal sagen. Oh, habe ich den Zombie gerade im Takt geprügelt? Oh Gott, der Chunk ist für mich schon aufgebraucht. Das Ding ist halt, ich muss permanent in Bewegung bleiben. Ich glaube, ich werde nicht einmal richtig stehen bleiben im Lava. Oh, das war ja jetzt richtig lecker. Habe ich eigentlich meinen Meintriff richtig eingestellt? Äh... Ja. Ich hätte da nicht so viel reinpumpen sollen. Nachts ist halt auch kritisch. Ich muss unbedingt schauen, dass ich mir für den nächsten Lauf ein Bett hole. Ich brauche am besten eine offene Stelle, wo ich Steine abbauen kann. Nehme ich mal noch ein paar Reserve-Steine mit. Ich habe noch sieben Sekunden im Chunk. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Und ich bin raus. Okay. Wir gehen Richtung Berge. Das ist der Plan. Gebt mir euer Fleisch. Okay, ich habe 20 Sekunden in dem Chunk. Und ich habe gar keine Sekunden mehr in dem Chunk. Alter, das ist doch krank mit den Monstern. Ich gehe nicht mehr in die Höhle rein. Nee, ich lasse das jetzt. Ja, genau. Ich glaube, ich werde das... Oh, hä? Hier war ich schon mal. Ja, da muss ich ja aufpassen. Ja, wo kriege ich jetzt Eisen her? Ah, ja. Wenn ich ein Portal mache, muss ich es genau zwischen vier Chunks machen. So, das wird jetzt natürlich eine übelste Meisterleistung. Ich habe keine Ahnung. Das war so ein guter Versuch. Das war so ein guter Versuch. Nein! Ich mache einen neuen Versuch. Das ist unmöglich, das zu gießen. Ja, das ist unmöglich. Der Chunk ist jetzt auch gleich für mich abgelaufen. Oh. Oder ich tanke jedes Mal den Schaden. Ja, genau. Das mache ich jetzt einfach. Ich probiere dann gleich einfach, den Schaden zu tanken. Oh, doch, doch, doch. Das tanke ich. Das tanke ich einfach. Okay. Oh, oh. Ah, das ist doch schmerzhaft. Nein! In dem Chunk darf ich ja nicht mehr bleiben. Oh, Gott. Falscher Chunk! Falscher Chunk! Spielmütel Hardcore. Welt Nummer drei. Los geht's. Hä? Oh, nee. Nee, oder? Wachsen in solchen Biomen überhaupt Bäume? Ach, ihr seht es ja noch ja nicht. Schaut euch das Schwamassel an. Oh, die ganzen vielen Bäume. Traumhaft. Nee, das ist ja schön, aber ich brauche Eisen und eine Erlösung. Hm. Naja, dann, äh, äh, laufen wir jetzt mal. Äh, bis, bis ich hier raus bin. Oh, ja, Leute, das ist Unterhaltung. Hier gibt's nicht einen Sch***baum. Welt Nummer vier. Ja, ja, hier, 17 Sekunden im Chunk. Äh, das ist doch was für P... Okay, zehn Sekunden, jetzt wird's echt knapp. Okay, Kies, das brauche ich. Ja, wow, das war der krankste Witz, den ich jemals in meinem Leben gehört habe. Bin ein Big-Boy-Brainer. Ich habe ein Big-Boy-Brain. Yeah. Uh, 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 uh. Every night it goes 99. Ich meine, freut ihr euch schon auf meine EP? Vielleicht ein Schlag-Aust-Song? Okay, warte, ich habe jetzt das Problem, ich muss jetzt hier irgendwie rauskommen. So, ich muss jetzt mein Eisen brennen unbedingt. J-D-D-J-K-K-D-D-D-D-D-D-D-K-K-K-D-D-D-K-K. Wir können ja ein bisschen klassisch hören. Die Sachen, die es wirklich wert sind, dass man sich darauf konzentriert. Oh, nein, ich sterbe, Logo. Jetzt ist der völlig falsche Moment zum Sterben. Oh, ich habe gerade meine klassische Musik genossen. Das habe ich verdient. Aber in den alten Dörfern gibt es ja meistens hier noch was für Luten. Das? Das ist meine beste Welt. Okay, ich brauche nur noch Eisen. Dann kann ich mir einen Eimer machen. Bietet einer von euch Eisen an? Ich bin das Emo-Logo. Komm nicht mehr klar auf mein Leben. Bitte nehm mir nicht die Welt weg, bitte. Das ist so hart für mich. Bam, Alter, so schnell hatte ich ja noch nie eine Diaspeks. Bittsacke. Oh, hier kriege ich ja Schaden. Herzlich willkommen zu meinem Minecraft-Let's Play, Leute. Minecraft-Leute, ihr seid meine Minecraft-Freunde. Oh, keine Ahnung. Also ich habe ein bisschen Angst. Aber nur so ein bisschen. Also brauche ich Eisen bloß. Dann machen wir jetzt ganz geschwind. Ach, hier war ich aber schon mal. Die Höhle kann ich vergessen. Diabo. Ich wollte eigentlich das Lead-Switch, ne? Ich bin so ein Vollmongo. Der Countdown ist oben links in der Ecke. Wie hast du Dias bekommen? Weil ich krass bin, Dennis. Das ist alles. Ich bin einfach krank. Ich habe mich ans Concrafter-Tutorial gehalten. Hey, Leute, in diesem Video... Oh, oh, Damage. Raus aus dem Chunk. Uh. Merkt euch fürs nächste Mal, wenn Dennis fragt, ich habe die unter der Erde gefunden. Oh Gott, ich habe hier kaum Zeit. Das ist so lächerlich. Komm, einen kriege ich noch. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh. Ich habe den Obsidian-Block nicht mehr bekommen. Ich kann das nicht hängen. Das war dumm. Warum habe ich das getan? Warum schickst du mir diesen Clip? Kennt ihr dieses Geräusch, wenn Blas... Wenn Blas bricht, Alter. Wenn... Wenn... Krass. Wenn... Wenn Glas bricht. Ungefähr so hat sich das in mir angehört. Gut. Wir gehen wieder in Welt 6. Neue Welt erstellen. Hardcore. Ich hatte einen kurzen Schlaganfall, ja. Um das mal kurz auf den Punkt zu bringen. So habe ich mich gefühlt. Ist das... Das ist jetzt nicht wahr, oder? Nein. Das ist jetzt keine Insel, oder? Ah, nein, nein, nein. Da drüben ist Festland. Oh mein Gott. Ich bin es, Peter Distel. Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Wie kein Ton. Ich bin es, Peter Distel. Ich wollte gerade ankündigen, dass ich jetzt meine eigene Insel gekauft habe. Bitte keine Nachrichten. Doch, es ist doch gleich 20 Uhr. Ach, nee, es ist noch nicht mal 20 Uhr. Es ist 18.39 Uhr, Alter. Und ich bringe hier schon die 20 Uhr Nachrichten. Ja, toll, was mache ich denn jetzt? Jetzt stecke ich hier auf meiner Insel fest. Und so macht ihr mir das kaputt. Wann kommt Song Request? Ach, Mensch, da hat mich auch keiner mehr dran erinnert. Ich danke euch. Okay, da vorne ist es Festland. Alles entspannt. Ich dachte, wegen dem Baum hier vorne fängt irgendwo Festland an. Hoffentlich gehst du unter. Ich hoffe, du gehst unter. Das ist Festland. Safecore, das ist jetzt keine Insel, oder? Wenn das jetzt auch eine Insel ist. Das ist einfach nur eine größere Insel. Hm. Das mit der Insel war im letzten Livestream schon. Schlachte die Kühe ab. Ja, würde ich gerne. Ich würde mir nur gerne vorher ein paar Steintools organisieren. Ich sehe wirklich nichts. Was soll ich machen? Ich ziehe das durch. Ich mache das auch mit der Inselwelt, wenn es sein muss. Ich könnte mir die Challenge nicht besser vorstellen. Das hat das Leben aus mir gemacht. Ein abgeschlagener Typ, der niemandem mehr vertraut. Weil ich im Chat immer nur verarscht werde. Das ist ja eigentlich, wie schwer das scheiß Leben jetzt für mich ist. Seitdem ich hier so psychisch hingerichtet habe. Ist das real? Oder ist das auch ein Prank? Ich frage mich halt auch, wie sich die Prankgrows zum Beispiel fühlen. Die pranken sich ja jeden Tag. Scheiß, Renier. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ha, ho. Ich will jetzt nichts sagen, aber das war echt knapp. Lugo bin Single, lol. Ja, ich bin auch Single. Alter, ich weiß nicht mehr, wo ich anfangen soll, das zu fixen. Ich wusste es, dass hier ein Dorf kommt. Ich wusste es einfach. Aber wisst ihr, was ich jetzt in dieser Schmiede finden werde, die in diesem Dorf ist? 20 Dias finde ich jetzt hier vorne in dieser Schmiede. Das Dorf hat keine Schmiede. Ähm, kann ich mal rennen, so eine Kacke. Ich bin der Game Master. Niemand. Kann ich davon abhalten? Kannst YouTube zu übernehmen mit meinen coolen Challenges? Oh nein. Ja, mini, mini, mini. Oh Mist, das habe ich euch ja auch noch gar nicht erzählt. Bei jedem Sub habe ich übrigens die Welt gelöscht. Oh, okay, speichern uns im Hauptmenü zurück. Einzelspieler, löschen, löschen, neue Welt erstellen, Welt. Was ist denn das? Die achte, die neunte? Ich hoffe, ich habe auf Hardcore gestellt. Naja, habe ich nicht. Okay, dann nochmal. Wäre hier ein Dorf in der Nähe gewesen? Nein. Nein. Epic Leon XD, dir vertraue ich nicht mal mehr einen verdammten Millimeter. Was kriegt ihr denn gerade auf WhatsApp? Oh, die muss ja aus dem Chunk raus. Ich wurde schon wieder geprankt. Ha, ha, ha. Ich höre mich selbst doppelt. Ich höre mich dreifach, wenn ich ehrlich bin. Meine Eltern haben mich geprankt, ja. Äh, wie mache ich denn das jetzt? Ich werde auf alle Fälle so... Logo hat den Fortschritt Steinzeit erreicht. Ja, habe ich. Genau, du alte. Steine. Steinspitzhacke. Ich habe keine Ahnung, wie ich da runterkommen soll. Ich muss, äh, ich muss mich auch immer um Essen kümmern. Jede Challenge, die ich übrigens nicht schaffe, werde ich irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Also es ist dann nicht für immer verloren, wenn ich es mal nicht zu Ende bringe. Sondern ich mache es dann einfach wann anders weiter. So wie alles andere, was ich im Leben immer aufschiebe. Ja, Rodas zu fressen ist jetzt das dümmste überhaupt. Oh, hier ist so viel gutes Zeug. Oh, ich habe mich in so eine große... Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, es ist so verloren, es ist so verloren, es ist so verloren. Nein, man... Willst du dir auf der Gamescom ein Autogramm von Axel Voss holen? Natürlich. Habt ihr schon gesehen, dass Axel Voss auf der Gamescom anzutreffen ist? Das werde ich nutzen. Habe ich was verpasst? Ja, man hat alles verpasst. Es sind mittlerweile schon einige Welten draufgegangen. Ich hatte zwei Mental Breakdowns. Logo, du bist einfach der beste Minecraft-Youtuber, bin ich auch. Wer was anderes sagt, lügt einfach. Ich bin der beste Minecraft-Youtuber auf der ganzen Welt. Ach, ich wollte doch Song-Requests anmachen. Ja, habe ich schon wieder vergessen. Habe ich überhaupt mal mittlerweile bis zu einer Nacht überlebt? Splatter-Malane. Danke für den erneuten Prank. Bleib mal 30 Sekunden stehen, da kriege ich Schaden. Logo hat den Fortschritt Steinzeit erreicht. Ich muss raus aus dem Chunk. Wo ist das Chunk zu... Ah, hier ist der Chunk zu Ende. Okay, da ist Eisen. Oh, oh, acht Sekunden noch. Raus aus dem Chunk. Ah, das ist eine ganze Ader, jawohl. Ganz dicke... Ha, 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 nein, nein. Logo fiel aus der Welt. Ich... Sonst wäre ich nicht Logo, wenn ich das nicht schaffen würde. Irgendwann mal. Du hast mich raus hier. Ein guter Minecraft-Spieler würde das schaffen. Und ich bin ein guter Minecraft-Spieler. Das ist alles Greenscreen hier. Wenn das eine Insel ist, kannst du ja den Wolf schlagen. Ich schlag den Wolf jetzt nicht. Der arme Wolf hat mir nix getan. Ich werde Fuß aufs Festland setzen. Ha. Oh, Höhle, Höhle. Eisen, oh, gib mir Eisen. Lag, lag, lag... Habe ich jetzt meine ganze Kohle verkraftet? Ich bin so dumm. Wenn das hier so weitergeht, muss ich in eine Psychiatrie eingewiesen werden. Gab es da noch zwölfmal eine Nicht-Einweisung? Ey, müsst ihr immer so gemein sein? So, richtig schönes Schickimicki-Scheiß-Ding gieße ich mir jetzt. So, dann mache ich das direkt daneben. Scheiß drauf, ich mache das hier. Das wird ein schönes Gefühl, wenn das fertig wird. Nee, hä? Hä? Was mache ich? Okay, 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 okay. Nee, nee, nee. Falsch, 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 falsch. Falsch. Es ist ein bisschen komplizierter als das. Ich brauche mehr Eimer. Das wird die Antwort sein. Mehr Eimer. Wisst ihr, was die Antwort darauf ist? Mehr Eimer. Aber dafür brauche ich mehr Eisen. Ich habe keine Ahnung. Ich will doch nur das Nesserportal fertig bekommen. Ich denke wie ein Eimer. Ich bin ein Eimer. Mist. Und ich habe mein ganzes Leben in einer Lüge gelebt. Ich glaube, das ist die Lösung. Wo ist die nächste Lava-Quelle? Hobby-Loser möchte gerne aus die... Das ist auch eine gute Beschreibung. Ich muss das so weit verteilt wie möglich machen. Ich glaube, dann ist es möglich, in den Nether zu kommen. Oh nein, der Chunk ist gleich abgelaufen. Ich kriege doch niemals im Leben eine Diapicke zusammen. Vielleicht schaffe ich es auch, wenn ich mir ganz viele Eimer mache. Also wie viele brauche ich denn? Die am Boden kriege ich geschenkt. Das sind ja zwei, die ich vorher platzieren kann. Was sagt der eine Hund zum anderen Hund? Wo war der Eisen? Weil ich die Bodendinger kann ich ja vorlegen. Oder bin ich dumm? Drei außen, drei außen, zwei oben. Ich erwarte hier eigentlich nur Komplimente. 23 Sekunden habe ich hier in dem Chunk noch. Ich brauche mehr Eisen. Wenn ich einen halben Stack Eisen habe, dann habe ich einen halben Stack Eisen. Das Problem ist, ich muss aber auch wieder hoch, wenn ich runtergehe. Jetzt bin ich ready! Wenn du AFK gehst, kriegst du einen Wasted Screen. Ja, wenn ich jetzt AFK gehe, kriege ich einen Mental Breakdown. Okay, jetzt muss ich aber langsam mal mein Zeug grabben. So, noch zwei weitere Eimer. So, jetzt muss ich nur die Lava-Quelle wiederfinden. Vielleicht mache ich da noch wirklich zwei. Jungs, ich weiß genau, was ich hier tue. Ich bin der Meister meines Handwerks. Nee, ich brauche einen Wassereimer. Ich kann losmachen. Ich muss jetzt nur noch die Lava-Quelle finden. Das war's mit dem Video. Folgt mir auf Twitch. Bye! Bye!